Hallo zusammen, wir sind's nochmal. Wir haben gerade eben das Intervalltraining hier auf der Bahn gemacht. Vielleicht habt ihr unser Video auch gesehen, sonst verlinken wir euch das nochmal unten. Und wir machen jetzt das ABC-Training und das ist folgendermaßen, es sind immer so sechs Übungen, es verbessert eure Laufqualität und sieht immer ein bisschen komisch aus, also man fühlt sich, naja, also bei manchen Übungen fühlt man sich ganz gut und bei manchen denkt man, naja, komisch, aber es hilft total. Wenn wir das so früh, dann sieht uns keiner dabei. Und es sind halt sechs Übungen, die erste Übung ist die Gehübung, die zweite Übung ist der Hopsterlauf, die dritte Übung ist Hopster, die vierte Übung ist Fußgelenksarbeit, danach kommt dann das Anfersen, auch das ist eigentlich ziemlich leicht, aber anstrengend. Und dann noch der Seitgalopp, einmal zu der Seite und einmal zur anderen Seite und dann seid ihr auch schon durch. Ja, viel Spaß! Das sieht wohl wie ein bisschen wiegeleig aus. Das sieht wohl wie ein bisschen was von Autoburger Poppenkiste. Okay, bei der Übung ist es immer ganz cool, versucht so hoch zu springen, wie es geht, schön gerade, und versucht sehr federn aufzukommen, dass es nicht so hart für den Rücken wird sozusagen. Und ja, nächste Übung! Ja, und auch bei dem Hopsterlauf ist es so, wir haben es jetzt euch langsam mal vorgemacht. Wenn ihr das ganz sicher beherrscht und sehr sauber in der Ausführung seid, dann könnt ihr das Tempo auch einfach erhöhen. Bis zum nächsten Mal! Musik 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 Ja, spürt wie ihr da in die Fußgelenke arbeitet, um die zu stärken. Musik 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 Und jetzt die andere Seite. Musik 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 So, das war unser Video zum Lauf-ABC, um ein bisschen an eurem Laufstil zu arbeiten. Ihr solltet das so einmal die Woche einbauen, wir machen es so zweimal die Woche. Wir haben aber da auch noch dran zu arbeiten. Genau. Sonst schaltet einfach bei unserem Kanal, Fette Fit, ab und zu mal wieder rein, guckt euch die anderen Videos an. Auf Wiedersehen, viel Spass, ciao! Tschau! Vom Entschuldigung, bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik